Doch, manchmal entsteht schon der Eindruck, wenn das Muster halb fertig ist, dann könnte man das so machen. Und überall haben Sie Ihre Chefin sozusagen da zu sehen als Bild. Ja, also die ist schon nicht vergessen. Haben Sie sie noch kennengelernt? Ja, in meiner Ausbildung. Naja, auch die ganze Zeit, die Sie hier, ich bin ja auch über 40 Jahre hier, die hat ja jeden Tag die Firma besucht. Jeden Tag hat sie ihren Rundgang gemacht und hat auch geguckt. Ja, ja, ja. War schon... War streng. Naja, war konsequent. Und hatte schon, dass Ihre Sachen, Ihre Anordnung befolgt werden. Oh, das steht ja Ihr Name drauf, ne? Genau. Ja, das kann man... Wir haben ja verfehlt. Ja. Und wenn sie dann gemerkt hat, ja, Abweichungen hat sie toleriert. So, dass es nicht als Strick ist. Aber wenn es zu, wenn es zu abgewichen ist, dann hat sie schon gesagt. Aber so solltet nicht. Ein bisschen schmaler oder ein paar mehr Striche können da machen. Da hat sie manchmal so... Ja. Dann hat sie schon drauf geachtet. Da hat sie schon hingekommen. Stimmt. Da haben Sie ja richtige Erinnerungen dran. Das ist ja gut. Mhm. Schlecht, wenn das so vergessen ist, ne? Ja, ja. Also da liegt uns schon allen was dran auch. Die alte Belehnschaft so, dass einfach bewahrt wird. Das ist schon so die Idee und die, ja, was die Chefin eben so im Sinn hatte, dass wir verstanden haben und uns so beibehalten und auch ein bisschen die, ja, so. So. Genau. Man muss es ja erzählen. Philosophisch, ach. Genau. Genau.